Einen wunderschönen guten Tag, wir sind natürlich bei CitySkylines. Für ihn nur mal kurz was googeln, wir haben unser Hotel hier aufgebaut. Ich glaube, das hier ist es. Schön ist es nicht gerade, ne? Betonklotzhausen. Aber gut, warum nicht? Vor allem die sitzen hier im strömenden Regen, halb im Stuhl. Guck mal, der sitzt da halb durch die Lehne. Ja, das mögen sie wohl gerne. Da finde ich, sieht das hier besser aus. Das ist ein kleiner Touristenmarkt, ne? Mit Souvenirs und so. Ja, jede Menge Heelerware. Da ebenfalls die neuesten Rolex. Gut, gut. Aber auf jeden Fall hoffen wir mal, dass das Hotel irgendwann laufen wird. Aktuell fährt es ja immer noch minus ein. Einnahmen haben wir 400, Ausgaben sind 672. Gut, ich hoffe mal, dass das noch höher geht wird mit der Beliebheitswertung und so. Wir können ja notfalls auch die Preise höher drehen. Wir haben aber auch gerade mal 20 von 70 Gästen. Vielleicht kommt das hier. Gut. Aktuell Touristen anzahlen der Start. Hotelgäste 20 von 70. Wir müssen die Touristen halt hier irgendwie herlucken, ne? Aber dafür muss es, glaube ich, auch eine Weile stehen. Bis jetzt hat es ja noch keinen Gewinn gemacht. Müll. Okay, aber das kriegen wir schon alles hin. Wie gesagt, Stück für Stück. Wir müssen hier auch die Bewohner noch weitermachen. So ist es nicht. Da warte ich bloß erstmal ab. Da will ich jetzt nochmal kurz googeln. Wie es aussieht mit der Universitätsbildung, ja. Gut, sie müssen ja erstmal ein bisschen zur Schule gehen, ne? Momentan können sie einfach nur singen und klatschen. Das kommt schon noch. Damit wir noch ein bisschen zusätzlich Geld reinschiffeln, weil der Campus hier, der nicht viel bringt, der frisst unglaublich viel Geld weg. Wenn wir uns jetzt mal drum kümmern, ein bisschen, ich bin bloß überlegen, wo ich das hinbaue. Ich denke mal, hier ist so die Ecke. Ich will ein bisschen mit dem Industries arbeiten. Ich meine, das bringt jetzt auch nicht so viel Geld, aber ein bisschen. Forst, was ich ja sonst mal mache, will ich diesmal nicht. Diesmal will ich eigentlich Agrar. Weil Forst haben wir da hinten ja auch schon normal stehen. Jetzt muss ich bloß nochmal kurz gucken. Bauernhof, Hauptgebäude. Dafür machen wir mal kurz Pause, sonst geht uns hier gleich das Strom flöten. Ich glaube, muss ich das erstmal markieren oder so? Äh, fungiert als Hauptquartier. Ich glaube, ja. Erstellen sie Industriegebiet. Jojo, dat müssen wir. Ich glaube, ich muss erstmal eine Straße bauen. Wir hatten noch diese guten Industriestraßen, ne? Äh, das waren die, ne? Kleine Industriestraße. Ich hätte aber gerne eine große. Gibt's die einen groß? Äh, die? Große Industriestraße. Was ist das? Flughafenstraße, okay. Da bin ich noch überlegen. Ich glaube, ich werde von hier abziehen. So, bis da durch. Aber allerdings runter, wenn's geht. Na, so weit runter noch auch nicht. Ja, warte mal. Weißt du, hier eine normale... Mach doch mal, geh ich fricke da aus, Mitch. Das ist schlimm. So, bis dahin. Und dann von hier würde ich sagen, so gerade rüberziehen. Dass wir von hier abgehen können. Nun sind wir bloß mal gucken, wie ich das am besten aufbaue. Wir brauchen auf jeden Fall das Hauptgebäude und dann nachher die einzelnen Felder. Ich möchte hier schon gerne bei großen Straßen bleiben. Zumindest beim Industriegebiet. Außerhalb der Stadtgrenzen. Willst du mich veralbern? Ich jetzt. Okay, dann muss ich das hier gleich nochmal umbauen. Das ziehen wir erst mal bis dahin. Weil ich glaube, die Stromleitung werde ich hier gleich kaufen müssen. Sonst wieder nix. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das aufbauen soll. Aber das kriegen wir schon hin. Seht den hier einmal ein Stück länger. Den dann dran. Zock. Und den Überschuss hier. Reißen wir hier einfach weg. Sehr schön. Jetzt muss ich erst mal gucken. Da ich nicht genau weiß, wie groß die Gebäude sind. Meinen wir es erst mal an. Äh, Industriegebiete, sagt er ja. Das hier ist Industriegebiet. Ich glaube malen. Ist es das hier? Oder brauchen wir dafür extra? Ich glaube, das ist es. Ja. Mäulen wir erst mal hier. Das passen wir später noch an. Da ich momentan nicht weiß, wie groß das wird. Reicht das hier erst mal? Wunderbar. Dann gehen wir hier auf Industrie. Genau, hier wird das schöne Hauptgebäude. Muss das überhaupt im Agrargebiet stehen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, die Industrie-Sachen sind nämlich extra, ne? Wir stellen das Hauptgebäude auf jeden Fall erst mal hier an die Seite. Das wird hier wahrscheinlich nicht stehen bleiben. Äh, schieb mal richtig, mein Freund. So sehe ich doch nichts. Mach mal weg da. Gut, geht nicht. Zock. Auf jeden Fall haben wir kleines Getreidesilo, kleine Viehweide, kleines Getreidefeld und kleines Obstfeld. So, jetzt muss ich nämlich mal gucken. Wir bleiben ja nicht ewig auf den Kleinen, ne? Womit fangen wir an? Mit Getreide? Mit Obst? Oder mit Tieren? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, von jedem etwas, ne? Vieh produziert Fleisch. Obst produziert natürlich Landwirtschaftsprodukte. Das ist klar, genau wie Kreidgetreide, ne? So, dann müssen wir mal gucken. Wir bauen auf jeden Fall. Hier Getreude, da Getreide. Für den Anfang sollte es reichen. Denn brauchen wir jetzt die Kleinstraßen. Dann nehmen wir aber auch die Industriestraßen. Die sollen mich genau, damit es gerade wird, hier vorbeigehen. Ist das so? Ja. So, der muss einmal kurz einen Tickle länger. Und hier auch einmal genau gerade vorbei. Ah. Na. Willst du mich jetzt ärgern? Dann machen wir es eben so. Zack. Und hier auch einmal gerade vorbei. So, den stellen wir hier vorne. Das muss ich ja auch Stück für Stück erstmal ausstufen. Auf jeden Fall zweimal Obstfeld hin. Na, da ran. Zack. Obwohl ich mal überlegen bin. Warte mal. Andersrum wäre besser, ne? Andersrum wäre definitiv besser. Warte. Die müssen wir gleich einmal umdrehen. Hier zwei Obstfelder hin. Moment. Die drehen wir einmal um. Du sollst hier zwar bleiben, ja. Was passt denn nicht mehr? Willst du mich wieder albern? Ah. Stellen wir dich einmal da hin. So, dann verschiebe dich nochmal. Kostet zwar jedes Mal Geld, aber was soll der Geiz? Der lässt sich da so nicht wieder hinstellen. Willst du mich vereigern? Das hat, woran sagt, eben doch auch gepasst. So. Das werden einmal binnen. Ja, die können gerne da bleiben. Und was haben wir hier? Orangen. Die können auch gerne da bleiben. So, dann drehen wir die zwei Weizenfelder. Können wir da auch was anderes anpflanzen? Baumwolle, Kartoffel, Treibhaus. Ah. Okay, aber die drehen wir auch einmal um. So, du gehst aber einmal da hin. Und gehst hier wieder hin. Äh, äh, äh. Irgendwie hat er hier so seine Gefrickelprobleme. Das ist schlimm. Das ist ganz, ganz schlimm. Wieso will er da jetzt nicht wieder hin? Okay, dich müssen wir auch einmal umdrehen. Der geht, ne? Der geht. Warum geht denn der nicht? Habe ich die Straße da jetzt so bescheiden gebaut, dass er nicht mehr passt? Scheint ja so. Aber auf jeden Fall, äh. Wieso springt der da eigentlich so? Komm, Junge. Das sollte ordentlich symmetrisch werden. Mach nicht so ein Mist hier. Mach ordentlich. So, jetzt reicht's. Ich glaub, das Licht an der. Die brauchen wir gleich wieder hin. Ja. Sehr schön. So, jetzt ist die Straße wieder dazwischen. Ist ja auch schlimm. Immer diese Foxen hier. Okay, jetzt passen die tatsächlich nicht mehr. Willst du mich vereinbaren? Okay. Okay, kostet das wirklich Geld, das Umschieben? Ich seh' zumindest nix. Bei den einzigartigen Gebäuden hat's ja Geld gekostet, ne? Aber hier? So, so müsste die Straße passen. Hoffe ich mal. Ist schon irgendwie merkwürdig hier. Warte mal. Dafür haben wir den da. Dafür haben wir den da. Hier. Tipp euch mal ran. Den machen wir euch mal ein kleines bisschen. So. Jetzt haben wir's doch. So, den schieben wir doch wieder ran. Zack. Den schieben wir hier wieder ran. Wunderbar. Jetzt haben wir euch mal Orangen. Euch mal Birnen. Euch mal Wollzen. Und nochmal Weizen. Ich will jetzt nicht zweimal Weizen. Dann machen wir Kartoffkis. Nutzpflanzen ist ja sowieso das Gleiche. Da kommt auch das Säbe raus. So. Das wäre ne Viehwoidee. Vieh will ich nicht haben. Hier sollen die Nutzpflanzen hin. Vieh. Ja gut, Vieh will ich schon haben, aber nicht da. Vieh bauen wir denn hier hin. Würde ich sagen. Gott ist bereit belegt. Warum? Du sollst es hier ja eine Straße bauen. Was er nicht will. Also hier macht er noch. Gar nicht mehr. Warum nicht? Aber macht nix. Das können wir hier so machen. Dann können wir die Straße hier weiterziehen. Hoffe ich. Jo, das geht. So. Da soll aber auf jeden Fall noch eine zweite Viehwurde hin. Zack. Das wird ja noch weiter ausgebaut. Da kommt ja noch mehr hin. Dann können wir hier auch erstmal so schön vorbeiziehen. Nein, nicht da ran. Zieh mal länger. So, jetzt hier vorbeu, mein Freund. Zack. Und hier auch vorbei. So, die Ampeln machen wir doch gleich aus. Das können ja erstmal stehen bleiben. Hier geht es dann später auch weiter. Ich glaube, die Stromleitung habe ich eh schon gekappt. Und Hauptgebäude muss ich mal gucken. Hier ist natürlich jetzt Platz zwischen. Aber wir kriegen ja später auch noch die größeren Viehweiden. Äh, ansonsten, außer den Silos und die Zäune haben wir noch nichts großartig frei, ne? Ein einfaches Getreidesilo, in dem Land wird Schaseo-Materialien gelagert werden. Nutzpflanzenlagerhäuser können außerhalb des Industriegebiets. Ja, ja, das wissen wir. Das sind lagerten Nutzpflanzen, also Obst, Weizen und sowas. Ich weiß nicht, ob wir die wirklich brauchen, aber die passen. Oh, hier wäre perfekt. Ein, zwei, drei, vier. Stellen wir gleich mal ein paar mehr hin. So, dann haben wir es ja voll. Das an sich lüft ja schon mal. Aber, das sind ja nur die Nutzpflanzen. Wo sammeln wir denn das Fleisch? Hier sind Kühe. Und hier sind auch Kühe. Dann machen wir da mal Hochlandrinder. Das ist ein sehr schön, muss ja nicht immer gleich sein. Es gab doch die schönen, guten Lagerhäuser. Das sind die, ne? Lagerhäuser, das sind einzigartige Fabriken. Ja, jo. So, dann hätten wir hier einen Lagerhof. Ein umgezäunter Lagerbereich für Güter und Produkte. Ein Lager hat drei Betriebsmodi. Föhn, leeren, ausgewogen. Im Modus ausgewogen orientiert sich das Lagerhaus an der aktuellen Nachfrage. Der Betriebsmodus kann im Infofenster des Gebäudes angepasst werden. Und da passt bloß mehr rein, ne? Ein kleines Lagerhaus für Güter und Produkte. Ja, ja. Das ist im Grunde ein mittleres Lagerhaus. Lagerhaus mit Eisenbahnanbindung und großes Lagerhaus. Im Grunde genommen möchte ich schon zumindest die Lagerhäuser. Die, jetzt muss ich einmal ganz kurz auf die großen Straßen. Zieh mal gerade hier weiter, mein Freund. Nicht zu weit. Nicht dem Müll in die Quere kommen. Den schieben wir dann auch mal hier komplett ran. Sehr schön. Die Lagerhäuser müssen ja auch nicht ins Industriegebiet. Die stellen wir dann hier so neben. Strom muss ich ja eh gleich neu verbinden. Ich glaube, zwei sollten reichen für den Anfang. Ups. So, ausgewogen. Gelagerter Rohstoff. Keiner. Tierprodukte. Mehl, Papier, Schnitthold, Ätz, Öl, Plastik, Gas. Aus einziger der Fabrik. Abgrenzende Industrie, Fort- und Landwirtschaftliche Produkte. Okay. Ätzprodukte, Ölprodukte. Kann man also einstellen. Gut, hier möchten wir gerne die Tierprodukte. Und da sollen auch die Tierprodukte rein. Äh, ausgewogen ist schon okay. Äh, weil, wie gesagt, unsere landwirtschaftlichen Produkte werden erstmal hier gelagert. Das wird ja später noch weiter ausgebaut. Jetzt muss ich ja mal kurz nach Ampeln gucken. Mal sehen, vielleicht bringt das ja ein bisschen Geld mit ein. Die müssen hier natürlich aus. Das haben wir hier Holi Galli später. Auch inne. Nein, Gott sei Dank nicht. So, den kümmern wir uns jetzt auch mal um die Strung-Verbindung. Strung, das verbindet den mit. Aus dem mit. Von hier oben kommt ja der Hauptstromteil. Das hier hätte schon Strom. Das steht ja mittendrin. Auf dem Zoo natürlich nicht bleiben kann. Aber, das machen wir erstmal so. Damit ich das hier vorne wegkriege. Der braucht natürlich auch Strom, ne? Denkord die Leustung hier weg. Ejo, die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Das ist ja so schon verbunden. Und den denk ich mal. Naja, ich brauch den ja sowieso. Ja. Ich werd von hier einmal da runterziehen. Dann hat der hier von da Strom. Die brauchen Strom. Das werden wir, denke ich mal, einmal von hier so lang ziehen. Dann kann ich mich durchs Stück hier unten. Aber hier wollen wir ja noch weiter ausbauen. Empfehlen. Sieh schon. Sollte hier laufen. Denk ich mal. Wasser fehlt hier wahrscheinlich. Ejo. Das ist natürlich. Wasser ist wichtig. Wasser muss sein. Jo. Kriegt ihr schon. Kriegt ihr schon. Immer mit der Ruhe. Immer schon durch den Schlüpper atmen. Wasser kommt. Wasser für Käse. Po, fo, po. Po, po. Wo schließt an. Und hier auch einmal. Zuck. So, ihr kriegt doch schon Wasser. Immer mit der Ruhe. Ja, natürlich brauchen sie Wasser. Das ist ja klar. Jo, so. Wasser haben sie. So, was ist hier los? Nicht genügend Naturruhstoffe. Ja, natürlich nicht. Das muss ja auch erstmal wachsen, Mensch. Bleibt doch mal ruhig, mein Freund. Das kann aber auch sein. Ah, das ist natürlich. Alles klar. Das muss man an der Graf hält. Warte mal. Das ist doof, dass, äh, ähm, ja. Dass man das hier nicht da letzten kann, wo man will. Das ist ein bisschen doof. Aber ich muss mal was googeln. Genau. Auch wenn das jetzt ein bisschen schieten ist. So kann man sich aber zumindest die Stadt bauen, wie man es will. Wir gehen nur auf den da. Ja, ich will es ein bisschen größer haben, wenn es geht, mein Freund. So. Na, das ist zu groß. So ist schon okay. Wir machen hier einfach ein bisschen Landschaft hin. Es geht ja in erster Linie um die Schöne, Schau, dass die Stadt schön aussieht. So müsste es hier funktionieren. Hier haben wir jetzt Agrar. Wunderbar. Oder? Jo. Dafür hat man dort die Mod. Schön, schön, schön. Haben wir mit dem Wald auch gemacht, indem wir einfach Bäume gepflanzt haben, ne? Und was habt ihr zu meckern? Nicht genug Geruchstoffe. Ja gut, die brauchen natürlich Nutzpflanzen. Dafür müssen die Nutzpflanzen da erstmal wachsen. Ob das jetzt ausreicht, um die zwei zu versorgen, bleibt abzuwarten. Wir werden ja sehen, ob hier was ansammelt. Und da müssen wir jetzt Geduld haben. Die Lagerhäuser werden da schon einlagern. Und jetzt gucken wir mal. So, Beschaffung, Nutzpflanzen. Ja, im Verkauf ist natürlich noch gar nichts. Die Farns auch nicht, weil ein Teil der Nutzpflanzen ja hier rüber geht. Aktuell haben wir 48 von 180. Aber dann, das kommt alles noch. Da müsst ihr Geduld haben. Da müsst ihr Geduld haben. Noch sind keine Tiere auf der Weide. Wir brauchen erstmal Futter. Und das wird schon kommen. Sammelt sich an. Mal sehen, ob sich das hier staut. Hoffentlich nicht. Aber das kriegen wir alles hin. Das ist alles halb so schlimm. So, ich werde hier mal ein bisschen beschleunigen. Damit die Leute mal zur Bildung kommen. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Ah, hier sind noch nicht wirklich mehr Touristen. Nö. Die Beliebheitswertung ist auch nicht ziemlich niedrig. Warum auch immer. Die haben doch eigentlich alles hier. Ich habe hier Hotels noch nicht so ganz begriffen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das bedeutet, durch hier Sightseeing-Hotels erzielen die höchsten Gewinne, wenn sie in der Nähe von Gebäuden mit Gewerbegebieten errichtet werden. Das haben sie ja. Die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist wünschenswert. Haben sie auch. Hohe Kriminalitätsrate und Verschmutzung haben einen negativen Einfluss. Ist ja nicht. Das ist ja keineswegs. Die haben wir hier hauptsächlich, ne? Die haben wir hier hauptsächlich. Einkaufstouristen sind ja nicht so viele. Vielleicht haben sie hier zu wenig Einkaufsmöglichkeiten oder so. Ich weiß es nicht. Aber haben sie hier in der Umgebung hoffenweise Geschäfte. Ich glaube, das dauert auch alles. Dann müssen wir Geduld haben. Hier werden sie hoffentlich bald mal weiter gebildet. Das lüft aber, ne? Das lüft aber. Gucken wir nochmal bei Universität. Ah, na ja, na ja, na ja. Aber langsam kommt es. Die Uni ist heute nicht die Schnellste. Im Moment sind wir auch im Minus. Das kommt wahrscheinlich hier durch. Das dürfte... Oha. Die fahren hier. Ich spiele im Kreis. Okay. Auf wie es aussieht, landwirtschaftliche Produkte kommen. doch gut rein. Ja, die hauen hier nämlich die Silos voll. Jo. Die kriegen wahrscheinlich auch genug. Jo, der hat voll da. Der hat auch voll da. Also produziert wird. Das ist so. Das ist so. Da müsste ja hier auch bald Geld reinkommen. Ja. Ach, die haben jede Menge eingekauft für die Tiere, ne? Müssen wir abwarten. Das kann sein, weil die noch nicht so weit waren, dass sie jetzt eingekauft haben. Jetzt sind wir komplett in der Eigenproduktion. Jetzt wird nichts mehr eingekauft. Sehr schön. Jetzt sind wir definitiv in der Eigenproduktion. Das heißt, die Tiere werden versorgt. Wenn wir Nutzpflanzen überhaben, gehen sie im Verkauf. Und Fleischprodukte werden auch verkauft. Aber da werden hier schon kommen. Das ist nicht das Problem. Aktuell macht das Ganze im Minus. Aber es ist ja auch noch nichts verkauft worden. Da muss man Geduld haben. Ja. Sehr schön. Und hier bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Hab ich gedacht, ach, abwarten. Studienjahrbericht. Yeah. Verzieh dich. Anscheinend wollen sie wirklich die Geschäfte direkt vor der Tür haben. Ich weiß, dass wir die drin haben. Ja, genau 20 von 70 Gästen. Die Beliebtheit muss hoch. Die Beliebtheit muss hoch. Was ist denn hier los? Da war ein Fußballspiel, ne? Da war ein Fußballspiel. Okay. Ja, das sind wir auch gerade 31.000 im Plus. Schön, schön. Wahrscheinlich. Ich meine, ich muss ja nicht über diese Einkaufsstraßen machen. Wir können ja auch. Warte mal. Wir brauchen eben ein bisschen Gewerbe. Brauchen wir diese Stromlinie hier? Ah, gleich nicht mehr. Warte mal. Nehmen wir weg. So, ich kann ja hier. Machen wir mal große hin. Machen wir jetzt mal normale hin. Kein Bio oder sowas. Sondern ganz normale Geschäfte. Und hier habe ich noch überlegen, was ich hier hinbaue. Ah, vielleicht noch ein Park oder so. Müsste ich mal gucken. Warte mal. Wo haben wir die guten Hotels? Die guten Hotels. Tourinen, Toxys, Seilbahn. Das brauchen wir alles nicht. Monorail, Flughafen. Waren die hier mit bei? Hotels. Also ich meine eher die Parks zu den Hotels. Nicht die Hotels selber. Fußgängerzonen, Plätze, Inhalts, Inholtz, 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 Inholtz. Park mit Birken. Aber die sind immer so dooflänglich. Könnte man hier nebenstellen. Ja. Dass wirklich was ausmacht. Aber ich will auch was hier stehen haben. Winziger Park. Der ist wirklich winzig. Winziger Spielplatz. Der ist auch sehr winzig. Haben wir vielleicht noch andere? Nee, nur die hier, ne? Beach Volleyballplatz. Ich meine, passt hier vielleicht nicht wirklich, ne? Rheinstall ist definitiv zu groß. Den kennen wir. Restaurant, Tischgarnitur und so. Ja, ja gut. Das ist alles natürlich schön. Kann man ausstellen. Aber ich glaube, da bleiben uns nur die Winzigen hier. So, und dann stellen wir hier auch nochmal. Nicht so weit, mein Freund. Nicht so weit. Bis ungefähr hier. Ist ja erstmal nur zum Testen. Dann bauen wir hier aber noch einen Gehweg oder so durch. Haben wir hier Wursa? Jo. Strom, ja, 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 ja. Strom verbindet sich sofort, mein Freund. Sobald die sich hier aufbauen. Hoffe ich. Ja. Strom ist wieder vorhanden. Sehr schön. Strom reicht auch noch, Logger. Vielleicht kriegen wir das Hotel ja so ein bisschen optisch. Passt das sogar ganz gut zusammen? Lieb da, ne? Ja. 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 Die brauchen also wirklich direkt vor der Tür die Geschäfte. Okay. Ist schon schön zu wissen. Ja. Das ist deutlich gestiegen. Das ist sehr schön. Liebheitswertung ist bei 55%. Das ist doch schön. Das ist doch sehr schön. Es sind nur noch 52 im Minus. Gäste 31 von 70. Gut. Hotel Gäste 31 von 70. Sehr schön. Das Lüftdorf. Beliebtheit ist auch gut gestiegen. Wir haben jetzt hauptsächlich halt hier Ruckzack-Touristen, Fototouristen und halt Einkaufstouristen. Aber was ist das denn? Das ist ein Business, ne? Das ist ein Business, ja. Gut, Business haben wir nicht in der Nähe. Der Business-Hut kriegen wir hier jetzt nicht wirklich rein. Und die kriegen wir auch nicht rein. Das dürften ja hier die Naturtouristen sein. Ah, mal gucken. Vielleicht kriege ich es noch zum Steigen. Das ist noch kein normales Geschäft hier. Ich glaube, das geht hier noch rüber. Aber gut, mein nächstes sind die Wand-an-Wand-Gebäude. Haben wir halt eine kleine Einkaufsmeile. Ich hoffe nur, das geht gut. Werden wir sehen, ob das noch weiter streicht, ob noch mehr Tristen kommen. Ansonsten muss ich mal gucken, ob wir das irgendwie noch beliebter kriegen, ne? Hm. Könnte schwierig werden. Vielleicht hier noch eine Straße durchziehen später oder so. Mal gucken. Muss ja irgendwie machbar sein. Kannst mir ja nicht erzählen. Hier läuft er auch, ne? Stau ist hier mittlerweile weg. Gewinn macht er auch. Glaube ich. Hoffe ich. Hat noch gar nichts verkauft. Aber immer schon mal ein 106 von 180 Metabolant. Das ist ja auch schön. Stuft auf bei 150 Metabolant. Da kommen wir hin. Na gut. Wie es aussieht. Wir haben ein bisschen was auf Lager. Aber nicht so viel, ne? Ne? Die Produkte sammeln sich an. Aber ich glaube, der verkauft auch erst, wenn er ungefähr über die Hälfte ist, ne? Da müssen wir ein bisschen Geduld haben. Aber es dürfte auf jeden Fall was wählen. Will ich das Hotel jetzt beliebter? Kriege ich jetzt eine gute Frage. Ich will hier ja gar nicht Businessen so reinhaben. Aber das ist halt ein Hotel, was alles anfragt, ne? Wäre ja schön, nochmal ein paar Business. Aber vielleicht kriegen wir es auch hin. Mal ausprobieren. Wir gehen mal auf Bäumchen. Wenn wir hier ein bisschen Bäume machen, zählt das vielleicht ein bisschen als Natur. So hier zwischen. Verkehrt wäre es bestimmt nicht. Wieso sind das so wenig Bäume? Ein bisschen mehr. Damit es hier so ein bisschen... Passt ja hier zwischen, ne? Ist zwar Brandgefahr. So. Geht der, ups, dadurch höher? Nicht wirklich. Ich habe gedacht, ich locke vielleicht noch ein paar Naturliebhaber an. Hm. Naturhotels erzielen die höchsten Gewinne. Wenn sie in Ordnung mit toller Aussicht, beziehungsweise in der Nähe von Küsten oder Wildern errichtet werden. Wir haben hier gerade einen Wald gebaut, Mensch. Einen sehr kleinen Wald zumindest. Hm. Jo, Hotelzettner einfach... Tat nicht so ganz einfach. Man, ich könnte die Preise hochdrehen, dann kriege ich tatsächlich wahrscheinlich auch einen Gewinn. Aber ich will ja auch, dass das Ding beliebter wird, ne? Damit er aussteigt. Gut, aber ich will ja jetzt auch nicht überall Wald hier machen, ne? Das, ähm... Nur mal zum Test. Aber ich glaube, wir bauen hier später noch andere Sachen hin. Mal unbrushen hier. Das ist hier so ein Test. Das gefällt mir so auch nicht. Das bleibt so auch nicht. So, vielleicht noch ein bisschen Zwischenbrushen, wenn's geht. Geht nett. Den setzt du noch mal ein paar hin. Einfach so größer, ja? Das ist auch so lüt. Also, die Standardbäume im Spiel sind alle so klein, ne? Geht mal da rauf. Ist auch so klein. Was ist denn das für ein Baum? Wieso finde ich den denn nicht wieder? War doch der hier oder nicht? Nö. War das der? Auch nicht. Der? Bäume sind hier aus. Der. Will ich ja nur so ein bisschen Zwischenstehen haben. Ist ja jetzt auch nur ein Test, ob sich das wirklich aus Hotel auswirkt. Mehr will ich gar nicht wissen. Sieht einfach besser aus mit so großen Bäumen. Schön. Denn wirkt sich das kein Stück aus. Das ist schon mal gut. Wie gar nicht. Ah, vielleicht ist es aber auch nicht das richtige Hotel. Kann natürlich auch sein, ne? Gucken wir noch einmal bei Hotels Silber. Die wohnen hier. Wir haben ja das Hotel hier stehen, ne? Das Budgethotel bietet allen Touristen leistbarer Unterkunft. Da es alle Touristengruppen anspricht, kann das Budgethotel überall in der Stadt errichtet werden. Ja, aber um das Gewinnbring zu kriegen, muss es auch so gebaut werden, dass es alle Touristen anlogt. Das habe ich schon gemerkt. Das können wir hier definitiv knicken. Miethütte, das muss definitiv im Freien. Und ein Hostel bietet mit Schlafsälen sowie Gemeinschaftsküchen und Badezimmer Touristenunterkunft zum Niedrigpreis. Es ist bei Rucksack-Touristen sehr beliebt und kann überall in der Stadt errichtet werden. Rucksack-Touristen... Das hat aber wie das Budgethotel. Hier in den Bildern sieht man das nämlich. Das ist hauptsächlich Rucksack-Touristen und Natur, ja. Und hier, das Budgethotel hat ja alles. Und das hat auch alles. Aber hauptsächlich Rucksack-Touristen, ne? Und Einkaufs-Touristen. Während das mal allen ungefähr gleich viel hat, naja. Boah, den mal ein gutes Bausälen. Das kriegen wir so nicht höher. Die Hürde rauseln wir weg. Wie gesagt, ich habe mit den Hotels ja auch keine Erfahrung. Ich muss mich da ja auch erstmal reinfriemeln. Das ist ja neu. Wir probieren jetzt mal das Hostel. Mensch, ist das niedlich. Können wir vielleicht noch Wege oder so vorbeibauen? Das gute Hostel. Jo. Lass mal weiterlaufen. Hat auf jeden Fall Gute-Touristen drin. Also da kann man sich nicht beschweren. Da ist alles voll. Rucksack-Touristen voll. Einkaufs-Touristen voll. Und es ist im Gewinn. Das macht definitiv Profit. Das ist schön. Die beliebte heute Eastboy 70%. Farbe und Logo hat er behalten. Schön. Hotelgestern haben wir 32 von 50. An sich gar nicht so schlimm. Gewinn ist gut. Jo. So kann das auch aussteigen. Aber wir brauchen ja erstmal die wöchentlichen Gewinne, ne? Ich glaube, man muss echt darauf achten, was man baut. Aber das Ding hier lüft. Schön, schön. Ja, weil wir hauptsächlich diese Touristen hier in der Gegend haben, ne? Da muss man mal ein bisschen gucken, wo man es hinstellt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich so grün lasse. War ja nur ein Test. Abwarten. Geschäft haben wir bei euch jede Menge. Hier ist sowieso Halligalli vom Feinsten. Gut. Ansonsten Feuerio mal wieder. Diese Zündelstadt hier. Das ist ja furchtbar. Mann, 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 du. Die Hübschrauber machen das schon. Ich wollte doch gucken, wie es jetzt mit der Bildung aussieht. Oh, Uni. Immer noch nichts. Aber gehen die überhaupt zur Schule? Ja, obwohl ein bisschen ist hier schon, ne? Zumindest hier ist ein bisschen mehr geworden. Die reicht doch ein Lager aus, die Uni. Die hier jammern auch Arbeiter. Ja gut, wahrscheinlich sind ein paar verbrannt. Oder ein paar Arbeiten hier. Auch nicht schlecht. Hier haben wir 30 für 50 Arbeiten allein im Hauptgebäude. Ah, Nusspflanzen, wenn mehr. Das heißt, die Felder reichen für die zwei. Das ist schön. Das heißt, das dürfte ich später am Verkauf gehen. Genau wie Tierprodukte. Das freut einen hier auch. Denn macht er hoffentlich Profit. Da müssen wir aber abwarten. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Denn sind wir freundlich auch am Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auch wenn es jetzt ein bisschen chaotisch war. Ich musste ja erstmal die Hotelprobleme im Griff kriegen. Also, bis morgen. Tschüssi. Tschüssi.